Das Loadout... Kann ich 5 Franken ausgeben, das Loadout für immer behalten? Huh? Du kannst dir das Loadout geben. Nein... Okay, H, Gottermaschinen, Endboss. Sag mal, was kannst du? Uh, mhm, interessante Angriffe. Du dumme Boss, wir können nicht so fragen. Okay, kann ich die FH greifen, ohne dass du... Nein, ich bekommst dich! Mann, weil ich auch einfach nie einen Harz erfinde! Jo. Es gibt selten etwas, das nicht so nackt... Ich spüre, Mann, wie die einfach durchlaufen... Geil. Das ist jetzt ein spannender Kampf.